Guten Morgen, ich bin der Edi und führe hier die Wanderungen Natur pur für die Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen. Wir wollen heute die Fünf-Seen-Tour machen. Die Fünf-Seen-Tour bezieht sich auf den Königssee, Obersee, Schwarzsee, Grünsee und den Fundensee. Wir werden hier starten, werden hier dann mit dem Schiff erstmal rüberfahren bis nach Salett. Von wo aus wir dann rauf gehen zum Obersee. Vom Obersee werden wir dann circa eine Stunde brauchen, bis wir hinterkommen zu den Röthbach-Fällen. Dann kommt der heftigste Teil der Tour eigentlich, 470 Höhenmeter, Dinneng geradeaus nach oben, bevor wir dann weitergehen, so circa eine Stunde bis zur Wassereilm. Von der Wassereilm brauchen wir dann wieder so, nachdem wir eingekehrt sind, eine Stunde circa, bis wir am Schwarzsee sind. Dann gehen wir weiter zum Grünsee. Und am Schluss, abends dann, werden wir den Fundensee erreichen, wo wir eventuell noch schwimmen gehen können. Musik 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 Musik